Schon wieder einen neuen Auftrag? Super! Und etwas darf ich euch nur sagen, die Kundengewinnung habe ich im Griff. Wenn ich bei einem hochrangigen Entscheider einen Termin will, dann komme ich diesen in der Regel auch über. Und wenn ich dann vorbeigehe, gehe ich auch mit dem Auftrag nach Hause. Wenn Sie auch lernen wollen, wie das geht, gibt es sieben Schlüssel und diese verrate ich im Referat. Die Geheimnisse der Kontaktgewinner. Die Geheimnisse der Kontaktgewinner.